Sei sportlich, sei dabei, sei Berlin. Dieser Slogan der Hauptstadtkampagne passt auf die Berlin Sports Week wie die bekannte Faust. Aufs Auge über 100 Veranstaltungen in nur 8 Tagen diese Aktion gemeinsam von Be Berlin und Berlin Partner initiiert. Und wir, wir waren auch am fünften Tag wieder hautnah mit dabei und haben gemeinsam mit zwölf Auszubildenden einen Blick in die Arbeit des Olympiastützpunktes Berlin bekommen. Da stand der Tag der offenen Tür an. Der USP unterstützt Kader- und Leistungsathleten aus 23 verschiedenen Sportrichtungen, unter anderem auch Lukas Jakubczyk. Aufgrund einer Verletzung ist er zur Zeit hier Dauergast. Mit Physiotherapie und ärztlicher Betreuung wird der Sprinter wieder fit gemacht. Doch nicht nur das ist hier besonders. Dazu kommt noch die Laufbahnberatung, um halt die Karriere nach dem Sport zu planen, wo der USP uns ja tatkräftig unterstützt. Und dann sind noch mehrere Sachen wie natürlich Biomechanik und Leistungsdiagnostik. Das wäre natürlich ohne den USP schwer möglich. Die Besucher hatten nicht nur die Gelegenheit, den Top Sprinter live zu sehen, sondern konnten in einem Leistungstest gegen ihn antreten. Das war für mich an sich ganz interessant, dass ich einen Seitenvergleich habe zwischen den beiden Beinen und eben auch die Vor- und Rückseite der Oberschengelmuskulatur quasi im Verhältnis zu sehen. Und bei mir sah es soweit ganz gut aus. Und im Vergleich zu den Top Sprintern sieht es natürlich ein bisschen schlechter aus. Aber schadet noch nichts als Hobbysportler. Im Stadtbad Tempelhof gab es wieder Berliner Sport zum Anfassen. Beim Tauchsport Club Berlin konnten auch Anfänger die Tiefen des Wassers entdecken. Zwar nicht das Great Barrier Rift, doch trotzdem eine tolle Erfahrung, besonders für die Neulinge. Ja, sicher, dieses Atmen, also dieses Unterwasserbleiben und dieses Auspusten und so ist schon, klar, sind ja erst 10 Minuten jetzt dabei. Also, ne, gucken wir mal. Waghalsige Sprünge, Läufe und Landungen mitten im Großstadtdschungel-Parcours kann theoretisch jeder. Praktisch sollte man allerdings dafür trainieren. Vor allem Kraft und Ausdauer, so wie hier bei der Parcours One Hell Night. Es bringt einfach viel, um weiterzukommen, sag ich jetzt mal. Man kann wahrscheinlich auch irgendwelches anderes Training machen, aber gerade sowas wie Hangeln oder irgendwelche Treppen hochspringen und so weiter brauchen wir eben einfach, um uns parcours-technisch durch die Stadt weiter fortzubewegen. Wer jetzt Lust bekommen hat, die Hell Night startet jeden Mittwoch um 18 Uhr an der Tramstation Paul-Heisestraßen. Davor läuft aber noch drei Tage lang die Berlin Sports Week. Morgen kann dann in Stand-Up Paddling reingeschnuppert werden. Außerdem veranstaltet die AOK ein Sportsymposium und am Abend lösen wir die Frage, hat der Sport in Berlin die Wende geschafft? Sport in Berlin, 25 Jahre nach der Wende. Hauptstadt Sport TV, klickt rein.